Durch meine verschiedenen Techniken, ich so viele Schichten aufbaue, dass das eine gewisse Trocknungszeit benötigt und das einfach so viel Zeit in Anspruch nimmt, dass ich das leider nicht innerhalb von Stunden fertig machen kann. Es ist dann eher Wochen oder viele Tage. Meine Inspiration kommt von der Natur, hauptsächlich, aber von wirklich überall her. Also es ist dann schon wichtig für mich, dass das diese Art von Expression erzeugt, wenn du das Bild betrachtest, oder das dich ins Bewusstsein ruft. Berge waren oder sind immer schon mal Ausdrucksmittel gewesen. Das Bild ist für mich fertig, wenn das so eine Art Aussprache hat. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020